Der Football Point in Sinsig ist eine Indoor-Socceranlage auf dem neuesten Stand der Technik. Ein Spaßcamp, nicht nur für erwachsene Fußballfans. In den Herbstferien hat sich das Team vom Football Point etwas ganz Besonderes für die kleinen und kleinsten Freunde des runden Leders einfallen lassen. Das erste Spiel- und Spaßcamp im grünen Weg in Sinsig wurde eröffnet. In den Herbstferien haben wir für Kinder das Angebot, das Spiel-, Spaß- und Fußballcamp. Das ist neu, wir hatten bis jetzt immer nur Fußballcamps und jetzt haben wir das Spiel- und Spaßcamp mal dazu genommen. Das heißt, mit Hüpfburg, Trampolin, Catcars, diversen anderen Spielen noch, damit auch das kleinere Publikum noch, die ganz kleinen Kinder, sagen wir mal, auch angesprochen werden, beschäftigt werden können, die halt noch nicht mit Fußball so viel am Hut haben, dass das komplette Publikum halt angesprochen wird. So haben auch viele berufstätige Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder betreut unterzubringen, dass sie in den Ferien gut versorgt sind. Ja, das ist das, was wir momentan hier anbieten. Natürlich das Fußballspielen, wie es auch schon immer war, das gehört auch noch dazu. Träge vor der Glotze abhängen war gestern. Alle fußballinteressierten Kids haben noch bis nächsten Montag die Möglichkeit, sich im Footballpoint anzumelden. Aber auch Eltern, die ihre Kleinen sinnvoll und sportlich beschäftigen wollen, sollten sich im Footballpoint nach den Angeboten im Spiel- und Spaßcamp erkundigen. It's coming, football's coming, it's coming, it's coming, it's coming.